Halbvügel führen. Ich vertraue euch, dass ihr mich in keine Flügel oder Kuhmolle hüttet. Nichts von mir. Wo seid ihr hin? Komm her. Noch was zu erledigen? Macht euch mal keine Sorgen um den alten Trübtrunk. Stupst mich einfach an, wenn wir da sind. Hier sind auf jeden Fall einige Felder. Sprecht mit mir. Ich helfe einem Freund dabei, ein wenig Bier zu bauen und wir brauchen Hopfen. Habt ihr welchen da drin übrig? Bleibt konzentriert. Hallo? Auf Wiedersehen, Mörder. Der Typ, mit dem ihr geredet habt. Kann mir mal jemand sagen, was hier vor sich geht? Wart den Frieden. So, schnell mit den Leuten noch reden. Was haben wir denn hier? Aber 460, das geht auch. Das lädt immer noch auf. Nein! Schau! Was? Ja, seid ihr dankbar. Nichts von Clutch. Ich kann kein Splash-Schaden machen, weil dann umstehende Alice was abkriegen. Nicht so eilig. Ich bin einer der mächtigsten im Teil. Die meisten Leute schicken mir Geschenke vom großen Wert. Achso, das ist ja dieser Hohan. Jada. Er mag Jada, aber sie ist nicht sein Favorit. Okay. So, schnurstracks zum nächsten Quest. Das mache ich hier später alles. Ja, wo ist sie denn? Ja, ich glaube ich sollte laufen. Los hat auf mir zu folgen. Immer noch. So, ist fein. Findet Mena, Liebkreis, Springhub und Tage für Wende. Da ist bestimmt irgendwo eine Hülle wie da. Na egal, dann bringe ich erstmal schnell trüb. Erster Trübtrunk zurück. Was braucht ihr jetzt? Geilern. Auf Wiedersehen. Sensei Geil. Nicht so eilig. Genug davon. Wohin führt ihr mich? Möge der weiße Tiger über euch wachen. Wird er da runterkommen? Ah, gehe ich lieber hier lang. Wo was schief läuft. Ich trage hier hinten immer noch diese Fässer. Ach, die zwei Minuten länger brauchen. Was sie auch noch schaffen. So, da ist die Inni. Und ich gehe mal hier lang. Was haben wir denn hier? Oh, das war nicht gut. Was geht's? Run. 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 Die haben wahrscheinlich nicht mehr viel Leben. So, Quest abgeben. Wahrscheinlich zig neue Quest bekommen. Um das Ding von den Viechern zu befreien. Getreide Kai. Kostet von reifem Getreide ein hellen Getreide, frischem Getreide und geschmalzendem Getreide. Seid ihr das? Hallo. Achtet mal jemand auf den alten Trübtrunk? Bleibt gegrüßt. Bis zum nächsten Mal. So, schnell die Quest abgeben. Damit er wieder am sicheren ist. Das kommt auf die Bank, genauso wie das. Das wird verzaubert. Gießt das Gemüse. Das ist das Quest-Item. Okay. Ah, da ist er da. Ach, ihr seht endlich ausgetrocknet aus. Na, kommt hier noch was? Traut sich was zusammen? Bringt neue Geschichten mit. Scheinbar nicht. Dann mache ich hier oben. Lass mal weiter. Okay. Jetzt hätten sie ruhig mal einen Flugpunkt hinmachen können. Wittgeflügelbraten. Das war jetzt aber nicht das, was ich dem eingeben konnte, oder? Das war auch ein Braten, den ich nicht lernen konnte. Wahrscheinlich, weil ich ihn schon hatte. Was eint ihr so? Mögen eure Taten in die Geschichte eingehen. Kann man nur davor laufen? Das ist ja lustig. Aber ist das Feld fertig, oder wie? Damit ich den Kohlköpfer... Ich habe mir das Gefühl, dass hier gerade nicht alles so läuft, wie es laufen soll. Was hat die Melonen? Ah, jetzt sehen wir uns. Rotblattsalat. Könnte der sein. Oder das, was da vorne war. Ah, das leuchtet schon vorher. Zucker rüben. Einfach durchlaufen und Knöpfe drücken. Und bei den Rüben konnte ich punkten. Geduld, Geduld. Sicher der Gärtnerin. Eine Waffe. Aus der Intelligenz. Aber ich denke immer, durch den Sockel von meinem ist der nicht so gut. Wart den Frieden. Eine minimale Steigerung brauche ich auch nicht. Geduld, Geduld. Auf Wiedersehen. Zahn der Schädlings. Zahn der Schädlings. Zehn Zehner. Wie viel brauche ich? 100. Stehen, Gleam. Die Ratte haut ab. 15 hat einer. Die Ratte haut ab. Die Ratte haut ab. Die Ratte hat nicht so gut. Bis zum nächsten Mal. Die Ratte haut ab. Weitere Zeit. Die Ratte. Das ist, ich bin gar nicht richtig gebufft, fällt mir gerade auf. Keine Flast genommen, beziehungsweise. Was gegessen. Stopp. Eigentlich könnte ich ja schon mal vielleicht zu der Tante mitgucken. Oh, ein Random Drop. 364, kann man aber keiner anbieten. Achso. Auf Wiedersehen. Hier ist die Höhle. 1, 2, 1, 1. Das war's. dieser zauber ist noch nicht bereit aber wie es scheint bin ich hier richtig weil da hinten scheint die tante zu sein die ich suche das leckt auf einmal ist er draußen was na ist das das level ab kann gut sein ne nicht ganz auf jeden Fall habe ich alle Eier wenn der nicht böse ist greife ich den mal an weil das hier einer dabei ist der nicht böse ist ist verwunderlich das ist meine karotte so ich hoffe mein weg ist noch frei so 20 leben dazu 20.000 und 40.000 mana so kurz zum ziel kommt noch ein gegner satte schultern bis zum nächsten mal was braucht ihr berichtet mir von euren reisen so haben wir hier noch mehr? scheinbar nicht hier gibt es auch keine quests großmeister zähmerin ist bestimmt eine von diesen quests die man beim wildtier zähmen bekommt wo man immer irgendwelche trainer besiegen muss aber so hoch bin ich noch nicht ich bin immer noch irgendwo im brachland aber ich habe sie auch nicht wirklich gelevelt nur so ein just for fun pokemon trainer kampf so los geht's wahrscheinlich sind das hier irgendwelche viecher spricht genug davon bekämpft das umgritt aufbau ganz fett ok das war's das darf ich jetzt hundertmal machen ah ich hoffe der gibt mehr punkte blau gibt auch noch einen ich würde das jetzt nicht hundertmal machen ok dass man kleines nur zertreten muss ist gut aber im endeffekt laufe ich ja hier eh lang auch bei dem großen also wirklich schneller geht es dadurch nicht ha 10 prozent schneller jetzt gas na das geht auch jetzt geht's jetzt geht's jetzt geht's Das ist nicht zu wenig nur, ja. Naja, jetzt habe ich es ja fast. Möge der weiße Tiger über euch wachen. Nicht zu eilig. Jetzt kann ich wieder zu Sturmbreu. Leck. Los, nimm die Quest richtig an. Ihr seid in einem Kampf verwickelt. Ich bin in keinem Kampf. Doch, kein Leck. Oh, kann hier mal irgendwo ein Wildtier sein, das ich töten kann? Okay, der war noch nicht. Oh, ich will jetzt den ganzen Weg aber nicht reiten. Äh, nicht zu Fuß gehen, meint ich. Das ist ja doof. Ah, jetzt geht's. Reitgeschwindigkeit 220%. Ist da mein... Macht da mein Buff auch beim Reiten was aus? Ne. Ah, hey, hey. Das war's? Fehlt noch irgendwas? Hey, yo. Bestimmt Lily. Da war Lily. Den Zartfutter. Setzt euch. Na gut. An dieser Stelle pausier ich auch heute wieder. Oh, hallo. Hey. Feuerbräu mit dir. Kann ich ja gar nicht sprechen. Hallo. Für Hände. So, noch mein Zeug verkaufen. An dieser Stelle verabschiede ich mich schon mal. Und wünsche euch viel Spaß. Dann bis morgen mit einem weiteren Let's Play. Bis später. Haut rein.